Haben wir dann alle? Munition müssen wir uns hier auf jeden Fall noch geiern, Mensch. Erstmal nochmal gucken, ob die hier ein bisschen Munition für mich haben. Also eine Erste-Hilfe-Kit haben sie auf jeden Fall. So, eine Micro-SMP hätten wir auch. Warum ist ein Trailer mal so schnell außer Puste, Mensch. Der ist ja total unsportlich, Mensch. Mensch, ein Kinder. Geht auch nicht. Also wie gesagt, am Aim. Da muss ich noch ein bisschen was machen, so ganz klein wenig. Komm, jagen wir das ganze Dorf jetzt noch voll in die Luft. Darauf habe ich jetzt den U-Boch. So, da. Ach, schade. Okay, das kann man nicht in die Luft gehen. Was ist hier mit? Ja, das geht. Und das da? Okay, er verliert nur Benzin oder so. Schade. Na gut, dann war's das. Ich würde hier sagen, wechseln wir mal zur Schrot. Jetzt haben wir hier so viel Muni verbraucht. Was? Was machst du hier noch immer? Und du sagst... Ich sagte, geh find' einen fucking Ghost in Los Santos. Okay? Du schaust Motivation? Und gib mir ein paar Sticky Bomben! Wir müssen jetzt zum Wohnwagen am Fluss. Machen wir natürlich. Was? Was? Eine mega gute Mission, die ich finde. Vor allem die Poster, die allein sein Wohnen ja auch. Was? Das ist die Verkauf, mein Freund. Du bist aus dem Geschäft. Die Verkaufelung sind aus dem Geschäft. Die Räume und die Kräte in dieser Bereich gehen durch Trevor Phillips' Enterprise, oder sie nicht gehen. Ich sage etwas, das nicht wahr. Nein! Du bist aus dem Geschäft, mein Freund. Die werden dich nach dem Geschäft grünleiten. Sind Sie sicher, dass du das willst? Die Schrotzkoller werden nicht glücklich sein. Ich würde hier sagen, erschießen wir den netten Herrn doch. BAMS! Oh, das fühlt sich besser! Ich kann nicht mehr in den Fluss schießen. Guck mal, sogar das Wasser färbt. Sicher rot, das finde ich ja mal mega geil. Jetzt komm. Spuren verwischen, Vista. So, verschwinden wir. Und ab nach oben. Ich weiß nicht, was diese Schrotzkoller sprechen. Schau mal an. Ich bin auf die Speed, aber ich bin auf die Produktivität personifizierend. Du hast sicher geschafft heute viel geschafft. Es war Zeit, um meine Werte zu stellen. Du gehst irgendwoher? Als ich den Specter auf der TV-Michele. Michael Townley. Er ist dein Freund, du sagst, hast du geschaut, oder? Ja, das ist er. Mein bester Freund. Ich dachte, er ist tot. Du gehst schnell. Ja, das verdammelige Geist, was ich zu sprechen. Er ist alive? Er geht, und er spricht. Und er schießt, und er schießt. Und er schießt, ja, das macht ihn alive, nicht wahr? Und wie Sie wissen, dass es ihn ist? Es ist sein M.O. Und es ist die gleiche blöde, die er schießt, zehn Jahre später. Das könnte sein, Trever. Was ist, wenn jemand dich denkt, er ist alive? Ich bin traurig, als ich dachte, er sei tot. Ich bin traurig, jetzt. Michael Townley lives und frees. Er ist in Los Santos, und er hat etwas zu erzählen. Sie könnten dich versuchen, in den Öffn. Das ist eine teorie von der Verkaufnahme. Selbst für dich, Ronald. Wirklich? Insofern, es scheint ein Schade für dich zu gehen, nur als die T.P. Industrie zu finden. Ich mache das, was ich kann, um das Geschäft auf ihren Weg zu stellen, bevor ich lossehe. Geh aus dem Auto, Ron. Wenn du das Gefühl hast. Run! Haha. So, dann speichern wir. So, Silber. Seht ihr mal, Kopfschüsse sind nur vier von zwölf. Keine Überlebenden haben wir auch nicht geschafft. Missionszeit haben wir auch ein bisschen zu lang gebraucht. Na ja. Schade. Also wir könnten uns jetzt hier umschauen. Aber, ja. Was wir so machen könnten. Also ich kann es ja mal verraten. Man könnte jetzt hier saufen. Okay. Okay. Gut. Ähm. Ja. Würde ich mal sagen. Wir sehen es ja hier unten schon. C. Würde ich sagen. Machen wir uns da gleich auf den Weg nach. Hin. So, die Frage. C. Was ist denn das? Der Chinese. Okay. Jetzt auch zum Chinesen. Ja. Oder wir wollen das Zufallseidignis. Ja komm, wir wollen das Zufallseidignis hier. Ja. Vielleicht bin ich so verraten. Hm. Du bist so effing heiß. Ich will dich jetzt mal auf. Hey. Hey, du. Böde. Kannst du uns ein massives Fähigkeiten? Es ist die kleine Frau. Und wir sind wirklich verraten. Kannst du uns zurück nach unserem Motel? Unsere Auto sind da. Juste nehmen unsere Auto. Es ist nicht weit. Aber natürlich. Du zwei sind ein heißes Fähigkeiten. Ich liebe es. Du bist ein Legend, Mann. Wir kommen nach hinten. Aus Ihren Weg. Baby, nicht Whisky an den schönen Mann. Also, wo kann ich dich zwei schlafen, junger Lieblings? Wir sind in den Hotel Südwesten von hier. Vielen Dank. Das würde ich sogar fast schon sagen, dass wir das machen. Das ist nämlich hier. Fahren wir die nämlich da mal hin. Oh Gott. Du kennst das was für mich? Schiff das süße kleine Lass hier. Lass den Wölf den Rappen sehen. Du schäfst wie Zigarette und Buffalo Wings. Das macht mich so horny. Komm schon. Gib mir einen Schloss von diesem Giblet Pie. Oh Gott. Jetzt vögeln die hier hinten im Auto rum. Ja, wenn ihr rumvögelt, kann ich ja nicht warnen. Tut mir leid, die Kiste wackelt zu sehr. Mann. Jetzt wollte ich mir nur was zu trinken machen. Oder nebenher noch was zu trinken. Was? Was? Wie würde ich die Kiste raus aus deinen Ballen, big guy? Du hast die Party wirklich angefangen. Wow. Wow. Okay. Mann. Es ist cool. Es ist cool. Stopp. Da habe ich mir mal eben einen Schluck von meinem Kaffee genommen. Wie gesagt, das ist ja noch morgens. Beziehungsweise für mich ist morgens, das ist halb elf. Halb elf. Halb elf Uhr morgens. Ja, ja. Du schaffst deine Energie für die Motelruppe. 40$ pro Nacht. Wir werden unsere Geld bekommen. Ja. Auf jeden Fall mega witzig. Ja. Ich habe auch nie gedacht, dass es so weit weg gewesen wäre. Ja. Müssen wir auf die Sprüche achten. Mega gut. Das Auto braucht nicht mehr. Ich fahr doch nicht rabiat. So, liebe Kinder, das was ihr gerade gesehen habt in der Kurve überholen, das macht ihr wirklich nicht in echt. Einfach ja immer so, ah siehst die das machen, wenn man Auto fährt ey. Ich könnte ja jedes mal ausrasten, wenn mich jemand in der Kurve überholt oder sowas. Das hasse ich. Beziehungsweise die Leute die das machen, die hasse ich ey. Geht gar nicht für mich irgendwie. Geht's hier immer. Geht's hier immer. Geht's hier hoch, Mann. Geht's hier hoch. Zu dem Kult. Geht's hier hoch. Ehm. Geht's hier hoch. Also ich find das auf jeden Fall mega witzig. Und was jetzt gleich passieren wird. Aber das seht ihr ja. Ob ihr das auch witzig findet oder nicht, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. So, jetzt ist mein Kaffee auch endlich leer. Upsa, lalalala. Ich finde die Kiste hier, die ist so unmöglich scheiße zum Fahren. Hier rutscht in der Kurve ohne Ende. Und die ist arschlange lang. Oh, you'll love this place. We'll really bring you close together. So, da sind wir, da ist der Kult. Ja, 2000, also im Prinzip, oh, da seht ihr mal. Errungenschaft, die, äh, das, das hatte ich nicht mal gemacht, als ich privat gespielt hab. Das hab ich nämlich auch nur in der Let's Play gesehen, muss ich ja mal, in der weise zu gehen. Aber ich fand das so witzig, dass ich mir dachte, okay, das musst du in deinem Let's Play selber machen. Gut, dann wird das auch erledigt, aber ihr habt gesehen, 2000 Dollar für zwei Reisende. 2000 Dollar für zwei Reisende, also im Prinzip 1000 Euro pro Körper, ja, das geht schon, oder? Und das können wir jetzt mit jedem Reisenden im Prinzip machen. Wir können die immer entweder heim bringen oder zu dem Kult bringen. Das bleibt uns überlassen. Aber ich glaube, das geht nur als Trevor. Bin mir nicht sicher, dass man mit Michael und so geht, aber ich war, das geht nur mit Trevor. Bin mir zumindest ziemlich sicher. Wie es jetzt letztlich ist, das weiß ich jetzt nicht. Wie es jetzt ist, das weiß ich nicht.